Kommt zur weiteren Folge Burst, das sind zwei Leute, es ist auf jeden Fall in wenigen Minuten die Season zu Ende. Genau in knapp einer Stunde. Okay, in knapp einer Stunde, okay. Auf jeden Fall von letzten Seasons war die Season auf jeden Fall schon neun Uhr zu Ende. Genau, dann würde ich sagen, Leute. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, kann ich euch mal ein Trophäen zeigen, auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt nicht so viel Plus gemacht, also 18.160 Gesamt-Trophäen. Ähm, Powerplay-Punkte und so weiter, alles hat sich nicht verändert. Ein paar, drei, drei Siege, wegen Powerplay natürlich nur. Und Duo-Siege und sehr, sehr viele Solo-Siege dazu, auf jeden Fall. Ansonsten hat sich nichts verändert, glaube ich. Genau. Ähm, leveled at 136, genau. Und, ja, okay. Ansonsten, glaube ich, haben wir in den Ballern auch nichts Neues. 30 von 34 gefunden. Welkommen an neuer Baller. Welkommen an neuer Baller. Sport raus, liegt schlecht auf jeden Fall. Mütlicher Baller in vier Tagen. In vier Tagen kommt ein neuer Baller, richtig, richtig geil. Das soll auf jeden Fall richtig OP sein. Bin ich richtig gespannt. Ich habe mir auch Kisten angespart, jetzt schon hier. Ich habe auch schon Kisten angespart. 70 Stück. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Dann können wir vielleicht irgendwie eine hohe Wahrscheinlichkeit ziehen. Und, ja, genau. Dann. Dann, so dass ich nichts vergessen haben. Ich habe, glaube ich, auch nichts Neues gezogen. An Starboard und Gadget. Ähm, ja. Boah. Ne, aber ich würde Jackie nochmal auf jeden Fall pushen auf einem Rang 22. Ich dachte, es wäre zu spät, weil ich dachte, dass die Season schon 9 Uhr zu Ende ist. Aber erst 10 Uhr zum Glück haben sie auch verändert. Richtig, richtig geil. Wie gesagt, genau. Und, genau. Ansonsten irgendwas vergessen. Ich glaube nicht. Live-Stube zum Chess unbedingt, wo es Baut rauskommt. Vielleicht komm dann auch mal gucken. Ähm, muss ich gucken, wann ich eine Zeit dafür finde. Und, ja. Gut. Ansonsten war es eigentlich. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir die Saisonbelohnung bekommen. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Und wir sehen uns auf jeden Fall.